in diesem video schauen wir uns an wie wir auf die oberfläche eine fritz box bei der inbetriebnahme zugreifen können ich habe jetzt hier die 40 40 liegen das funktioniert aber bei jeder fritz box im grunde identisch das erste was ich natürlich machen muss ich muss die box hier mal mit stromversorgung dazu stecke ich die einmal hier rein und stellt auch sicher dass die verbindung hier besteht und jetzt fängt die an hochzufahren das spiele ich euch jetzt einmal vor so während die so langsam hoch fährt schnapp ich mir mal das kabel hier im lieferumfang von der box ist immer ein kabel enthalten das ist jetzt nicht dass das dabei weiß aber auch im grunde egal wenn es passt da sollte das funktionieren so hier hinten hat man jetzt ein paar anschlüsse das ist der warnanschluss der interessiert uns jetzt erstmal nicht uns interessieren hier die vier lan anschlüsse müsste prinzipiell in jedem gehen ich nehme immer lan 1 und jetzt stelle ich die dahin die fährt hier noch hoch wlan schaltet sie gerade ein und könnte sich jetzt auch per wlan verbinden ist aber nicht so meine lieblingsmethode so ich verbinde jetzt das ganze einmal mit meinem pc am pc seht ihr jetzt dass ich auch noch über wlan verbunden bin und da würde ich euch ganz dringend raten da abstand von zu nehmen ich bin jetzt hier in einer anderen fritz box noch verbunden und wenn ich mich jetzt auf eine fritz box einloggen will muss ich immer sehr vorsichtig sein auf welcher ich am ende lande und gerade für anfänger kann das schwierig werden so also jetzt kriege ich die meldungsnetzwerk hat er erkannt ich möchte nicht dass andere pcs zeigen was finden genau so also als erstes würde ich vorschlagen wlan trennen jetzt bekomme ich angezeigt dass ich eine ethernet verbindung habe allerdings mit zum dreieck ja soll uns jetzt nicht weiter stören der normale weg wäre jetzt um auf die fritz box zuzugreifen wenn man mit keinem anderen netzwerk verbunden ist ein neues tab im browser auf zu machen und fritz punkt box einzugeben so jetzt kommt hier der anmelde assistent den gehen wir gleich durch wir schauen uns jetzt aber auch noch eine alternative an denn das kann ja zum beispiel sein dass die box umkonfiguriert wurde vorher mit einer anderen ip adresse oder dns server wurde ausgeschaltet und ihr kommt gar nicht auf punkt box das nächste was man dann probieren kann ist einfach mal die ip einzutippen 192.168.178 das ist immer die standard ip der fritz box und jetzt kann man gucken ob man darauf kommt auch das funktioniert wir gehen jetzt aber mal davon aus dass genau das eben nicht funktioniert weil die box umkonfiguriert wurde und in einem ganz anderen modus ist so dafür gibt es diese sogenannte notfall ip die adresse ist die 169 24 254 und 11 so damit das funktioniert muss man man das eigene gerät umstellen und zwar dass es überhaupt auf diese ip zugreifen kann um das zu tun gehe ich in die systemsteuerung auf meinem pc gebe hier adapter ein in der suche und hier steht an netzwerk verbindungen anzeigen da will ich hin genau so hier habe ich jetzt meine ethernet verbindung da mache ich meine doppelklick drauf und die ist verbunden und er sagt hier kein internet zugriff kein internet zugriff heißt aber immerhin er hat netzwerk zugriff internet hat die box ähnlich also passt das soweit das geht ja jetzt alles aber wir wollen ja auf diese spezial ip die man jetzt im hintergrund rausgucken sieht deshalb gehe ich hier mal auf eigenschaften tcp ipv4 und jetzt kann ich meinen pc einfach noch feste zuweisen und dann nehme ich einfach die 169 254 1 und jetzt nicht die einzelnen dran schreiben sondern eine andere weil zwei ip adressen ist doof somit tab einfach hier in die subnetzmaske wechseln und noch mal und noch mal und noch mal genau das fühlt sich dann selbst aus also so muss dann ungefähr aussehen bei euch und dann hier einfach mal auf ok nochmal ok und jetzt warten wir mal was er tut er sagt zwar kein netzwerk zugriff wir versuchen mal ob wir auf die ip drauf kommen und das funktioniert also ist jetzt oben in der adresszeile dass ich auf der ip gelandet bin und auf der kann ich immer landen wenn alles andere nicht geht wichtig ist eben nur dass ihr dann in windows die adapter einstellungen hier unter eigenschaften einfach manuell anpasst und ihr müsst das natürlich für die tun die ja auch gerade benutzt wenn ihr also mit dem wlan verbunden seid dann bringt es nichts die ethernet verbindung anzupassen ich setze jetzt hier wieder alles auf automatisch und dann wird er wieder die wieder nicht mehr reingehen das können wir jetzt gleich sehen wenn ich 5 drücken nämlich neu laden doch da kommt er sogar noch drauf warum auch immer hätte ich jetzt erwartet dass er hier nicht mehr drauf kommt wir versuchen es mal über fritzbox geht auch noch ich kopiere die mal raus und versucht die mal in einem anderen browser tab aufzumachen ok also die ip geht komischerweise auch wenn er in einem anderen netz ist warum auch immer aber ist egal ist da drauf die gefahr bei dieser ip ist aber wenn ihr mehrere fritzboxen habt die haben alle diese ip adresse da müsst ihr wirklich sehr sehr vorsichtig sein mit welcher gerade verbunden zeit und oben auch noch mal den namen prüfen wenn euch was komisch vorkommt lieber zwei mal hinschauen so jetzt sind jetzt können wir den assistenten mal durchklicken wir sind jetzt ganz normal verbunden ich wähle mal deutsch als sprache aus das kennwort das liegt der fritzbox bei oder steht auch halt unten drauf sollte man dann ändern hier kann man jetzt an land wählen ich weiß nicht für was das gut sein soll wahrscheinlich für die gesetzliche einhaltung der wlan senderleistung so und jetzt startet die fritzbox neu an der stelle ist dann auch das video beendet ich wollte ja jetzt erstmal nur zeigen wie man auf die web oberfläche zugreift es folgen jetzt noch weitere videos was man mit der 4040 so alles anfangen kann so 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 so